Anil, 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 wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man alleine nichts auf die Reihe bekommt? Und dann komme ich, dein Trainer, und ermögliche dir die größte Bühne deiner Karriere, 16 Karat Gold. Und du, Versager, schaffst es noch nicht einmal in den Rängen. Anil, weißt du, du hast mal gesagt, während deiner Verletzungspause, es tat so weh, wie alle Jungs ihren 16 Karat Gold Moment bekommen haben. Aber, weil ich dir in deiner verkommenen kurzen Laufbahn immer schon gegönnt habe, Anil, gebe ich dir hier und jetzt die Chance für deinen ganz persönlichen 16 Karat Gold Moment, an den sich die 1000 Zuseher hier noch ewig erinnern werden. Also, komm schon, ich seh doch, du willst es, Anil, komm schon, zeig mir, dass du kein Versager bist, komm, zeig mir, dass ich falsch liege, komm, komm, du, schlag zu, schlag zu, Du, verdammte Verlierer, du bist gar nichts, verpiss dich aus meinem Ring, verpiss dich, du Versager.